Weihnachten in Essingen ist jedes Jahr ein tolles Ereignis. Ob es nun der Weihnachtsmarkt ist oder wieder wie in diesem Jahr ein Konzert unserer Essinger Chöre, des Zubforchesters und der Kinder der Essinger Grundschule zur Dörfweihnacht, es ist immer wieder ein bemerkenswertes Erlebnis. Wir zeigen Ihnen die Begrüßung durch Arztbürgermeisterin Susanne Volz, sowie jeweils einen Ausschnitt eines musikalischen Beitrags und zum Schluss eine Darbietung der dritten und vierten Grundschulklasse, begleitet vom Männergesangverein. Als Moderator präsentiert sich unser Altarztbürgermeister und Ehrenbürger Hartmut Doppler. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen und ein frohes Weihnachtsfest. Auf Wiedersehen und ein frohes Weihnachtsfest. Amины Musik 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 Applaus 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 Liebe Gäste, liebe Besucher, nach dieser wunderschönen Eröffnung in dieser Zufallgäste mit den Gentlemen's. Darf auch ich mich anschließen, darf sie sehr, sehr herzlich heute, sozusagen dort Weihnachten begrüßen. Immer im Wechsel mit unserem Weihnachtsmarkt, mit diesem wunderschönen Konzert, mit unseren örtlichen Chorvereinen und mit den Zufallgästern. Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Jahr auch wieder hier zu Gast sein dürfen in der katholischen Kirche. Ein ganz herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen, die uns das ermöglichen. Ich möchte danken auch unserem Ehrenbürger, Herrn Largo Döller, der auch ein bisschen durch das Programm führen wird. Und natürlich danke ich allen Mitwirkenden, die heute Abend hier zu diesem wunderschönen Abend beitragen, die uns hoffentlich ein klein bisschen dazu verhälten. Und dieser doch, denke ich, für die meisten von uns recht hektische Zeit, in etwas zu Ruhe zu kommen, hier mal anderthalb, zwei Stunden etwas abzuschalten. Ich hoffe, dass uns das heute Abend belegen wird und wir uns auf den Morgen und dritten Advent schön einstehen können. Und ich wünsche uns allen jetzt heute Abend mit allen Mitwirkenden ganz viel von Glück, die Chance, ein bisschen runterzufahren, zur Ruhe zu kommen und uns einzustimmen auf ein schönes Weihnachtsgästen. Herzlichen Dank an alle und viel Spaß, den Abend. Heute ist der dritte Advent, wie schön die dritte Gärte brennt. Heute ist der dritte Advent, einig steht für die Hoffnung, Gott in uns zuversicht. Heute ist der dritte Advent, auch wenn es um uns dunkel ist, scheint sein warmes Licht. Heute ist der dritte Advent, wie schön die dritte Gärte brennt. Sie leuchtet hell mit ihr und schreit weit in unsere Welt hinein. Heute ist der dritte Advent, einig steht für die Liebe, Gott schenkt uns seinen Sohn. Er kommt zu uns auf diese Welt, bis wir schon davon. Heute ist der dritte Advent, wie schön die dritte Gärte brennt. Sie leuchtet hell mit ihr und schreit weit in unsere Welt hinein. Heute ist der dritte Advent, wie schön die dritte Gärte brennt. Sie leuchtet hell mit ihr und schreit weit in unsere Welt hinein. Heute ist der dritte Advent, einig steht für die Hoffnung, Gott in uns zuversicht. Sie leuchtet hell mit ihr und schreit weit in unsere Welt. Sie leuchtet hell mit ihr und schreit weit in unsere Welt. Hier bist du, ich bin groß, ich bin groß, ich bin groß. Du bist feilig, du bist herrlich, du bist klar, alle Welten freundlich. O sieh auch, o sieh auch noch, o sieh auch noch uns am句. Du bist feilig, du bist herrlich, du bist herrlich, du bist herrlich, Amen. 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 Liebe Kinder, liebe Besucherinnen und Besucher, ihr habt ja richtig gut gesehen vorhin, wir machten Station in zwölf verschiedenen Ländern dieser Erde. Zurück zu Weihnachten kam uns in Deutschland. Ich wünsche dir in diesem Jahr mal Weihnacht, wie es früher war. Kein Prennen zur Bescherung hin, kein Schenken ohne Sinn. Ich wünsche dir keine teure Sache, dass ich mir doch gar nichts mache. Ich möchte nur ein winzig kleines Stück vom verlorenen Weihnachtszauber erzeugen. Dazu frostblirrend eine heilige Nacht, die frischer Schnee hinter mich gemacht und leuchtender als sonst die Sterne, so hätte ich's zur Bescherung werden. Und auch das heute gute Säkerglocken, die mitternachts zur Wetterlande, voll Freude angefügt die Herzen, Kindergück im Schein der Herzen. Können diese Nacht bereit doch sein, nicht überladen mit Wohlstand in ein Schlein? Dann könnte man wohl unter allen Klingen vielleicht mal wieder eng singen. Ach, ich wünsche dir in diesem Jahr Weihnacht, wie sie als Kind hier war. Es war einmal, so lange ist's gar nicht mehr, für uns so wenig und doch so viel mehr. Applaus Wenn du mich nicht mehr in den Schlein nicht mehr so viel mehr dabei hingen lassen, dann möchte ich nicht mehr in den Schlein immer wieder eng. Dann kannst du jetzt noch mehr in den Schlein nicht mehr in den Schlein nicht mehr in den Schlein. Halleluja, 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 Halleluja. 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 Amen. Amen.